Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nüchterweisheit letzter Schluss. Heute geht es um PikaVM, ein System auf Basis von Raspberry Pi, womit ihr Rechner fernsteuern könnt und das Ganze nicht in Software, sondern in Hardware. Dann so ein bisschen zu mir, was ich sonst noch so mache, könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Interessant ist der letzte Punkt hier, ich verwende Raspberry Pis für alle möglichen Zwecke, unter anderem jetzt auch für den PikaVM. Ja, was ist das Ganze überhaupt? Das Ganze ist eine Fernsteuerung. KVM steht für Keyboard, Video, Maus, also ihr emuliert damit eine Tastatur, ihr emuliert eine Grafikkarte und ihr emuliert eine virtuelle Maus. Daher kommt der Name und das Ganze ist mit einer Web-Oberfläche ausgestattet, über die ihr einen angeschlossenen externen Rechner steuern könnt. Hierbei wird das HDMI-Video-Bild eines anderen Rechners in den Raspberry Pi eingespeist und dann über die Web-Oberfläche an euch weitergegeben, sodass ihr quasi auf einen virtuellen Monitor gucken könnt. Außerdem werden USB, Maus und Tastatur emuliert über diesen neuen Anschluss beim Raspberry Pi 4 und optional könnt ihr sogar noch USB-CD- bzw. DVD-Laufwerk emulieren oder auch ein ganzes Flash-Laufwerk und das Ganze wird eben in Software emuliert. Also ihr braucht nicht mehr dort hinzulaufen, sondern ihr ladet dann in die Web-Oberfläche einfach ein Image hoch und dann sagt ihr hier, freigeben an Rechner und dann ploppt da ein CD-Laufwerk auf, wo ein ISO eingelegt ist. Das sehen wir nachher am Schluss nochmal. So, woher kriegt ihr das Ganze? Das bekommt ihr von der Pi-KVM-Webseite. Dort gibt es quasi zwei Geschmacksrichtungen, wie ihr diese HDMI-Catcher-Karte an euren Raspberry Pi anschließen könnt. Und es gibt die Variante, dieses CSI hier, das ist dieser Kamera-Anschluss, wo ihr diese Pi-Cam normalerweise anschließt. Da gibt es aber auch spezielle Hardware, sodass ein HDMI-Signal über ein HDMI-Kabel reingeht und dann wird auf der anderen Seite an diesem CSI-Port das Ganze angeschlossen und das verhält sich eben auch wie diese normale Pi-Cam dabei. Das Ganze funktioniert ein bisschen besser als die andere Variante mit diesem HDMI-ZUSB-Donkel. Also das ist so eine Capture-Karte, die ihr entweder relativ billig kauft, ihr könnt auch viel Geld dafür ausgeben und das Ganze ist ein bisschen langsamer, sondern eine Karte rumliegen habt, ist das eine ganz praktische Wahl. Das andere müsst ihr sehr höchstwahrscheinlich bestellen. Neben dieser Variante, die ich heute zeigen werde, gibt es auch viele weitere Hardware-Variationen. Da gibt es unter GitHub diese Seite, dort sind quasi so Bastel-Anleitungen, wie ihr das Ganze machen könnt. Und da gibt es eben auch Anweisungen, wie ihr das auch mit so einem Raspi 2 oder auch 3 machen könnt. Und oftmals geht es halt eben darum, um sich die richtigen Kabel zu machen. Damit ihr Strom und Daten in den Pi reinkriegt, beziehungsweise rauskriegt, dazu habe ich gleich auch nochmal was, da müsst ihr denn löten und basteln für wollen. Wenn ihr das Ganze eher fertig haben wollt, gibt es jetzt auf Kickstarter so ein Aufsteckmodul, so einen genannten Head. So, dann habe ich hier mal meine Teileliste, was man dafür so braucht. Das Ganze ist übrigens während eines Kundenprojekts entstanden. Da habe ich das Ganze ausgetestet und auch zusammengebaut. Also ich habe jetzt von keinem von diesen Herstellern, die hier aufgelistet sind, irgendwie Geld gekriegt oder so. Das wurde alles durch den Kunden innerhalb des Projektes bezahlt. So, wir brauchen erstmal so ein Pi 4. Da solltet ihr die 4 GB Variante nehmen. Steht jedenfalls so in dem Wiki drin von dem Projekt. Ja, die 2er Variante, falls man die überhaupt noch kriegt, ist vielleicht ein bisschen knapp vom Arbeitsspeicher her. 8 GB wären wahrscheinlich zu viel, falls man die überhaupt noch kriegt, weiß ich nicht. Natürlich braucht ihr dann auch ein passendes Netzteil, eine Micro-USB-Karte ab 16 GB. Und dann kommt es eben darauf an, wie ihr das Ganze anschließen wollt. Also diese Micro-HDMI-Kabel auf HDMI-Kabel braucht ihr vielleicht nicht unbedingt, ist aber in vielen Bundlen schon mal mit dabei. Sehr zu empfehlen ist auch ein Kühlkörper für die Chips auf dem Pi drauf und eventuell ein Lüfter. Also ich werde da so ein Gehäuse zeigen, wo ein Lüfter drin ist. Vielmehr zwei sind da drin. Und mit Kühlkörpern bleibt das Ganze eben im normalen Rahmen. Ich habe das auch anders mal probiert. Also irgendwann wird es halt auch relativ warm und dann taktet der Pi halt auch runter. Das ist irgendwie unschön. Also von daher mit Lüfter und Kühlkörper schon mal ganz gut. Dann brauchen wir auch noch ein Gehäuse. Und wichtig dabei ist, dass es einen Schlitz hat. Denn dieses Flachbandkabel, was an diesem CSI-Modul dranhängt, das muss ja irgendwie nach draußen kommen. Das kann man so machen. Man kann auch Bastelvarianten nehmen, wo man denn direkt in so ein Gehäuse irgendwie Löcher reinfrisst oder sonst was. Ich wollte mir nicht so viel Arbeit damit machen. Also wenn ihr nicht unbedingt basteln möchtet, dann achtet darauf, dass da gleich so ein Schlitz in dem Gehäuse ist, wo man so ein flaches Kabel durchpokeln kann. Dann haben wir das grundsätzliche Problem, dass dieser USB, dieser USB-C-Port, der an dem Pi dran ist und normalerweise ja bloß für das Netzteil da ist, der wird auch gleichzeitig benutzt, dass darüber eben Maus und Tastatur oder auch dieses USB-CD-ROM-Laufwerk emuliert werden. Also dort muss in den Pi Strom rein und andererseits müssen die Daten auch wieder raus. Man kann sich dafür so ein kleines Board hier holen, wie das hier zum Beispiel. Da sind verschiedene Buchsen dran, wo man einerseits das Netzteil, das normale Raspberry Pi Netzteil reinsteckt. Auf der einen Seite steckt man dann ein Kabel ein und das verbindet man dem Raspberry Pi. Und auf der anderen Seite kommt nochmal wiederum ein USB-Kabel und das steckt ihr in den Rechner, den ihr fernsteuern wollt. Und dazu braucht ihr eben auch die passenden Kabel. Man kann auch sowas nehmen, dass ihr kein externes Netzteil braucht, sondern einfach zwei USB-Ports bei dem Rechner, den ihr fernsteuern wollt, einfach nehmt. Über den einen fließenden halt die Daten, da wird ein bisschen Strom abgesogen. Und ein zusätzlicher USB-Port wird benutzt, um dort bloß den Strom abzuziehen. Und dafür braucht man dann auch nochmal so ein Kabel hier. Und dann braucht man, wenn man jetzt auch diese CSI-Karte nutzen möchte, quasi irgendeine von diesen Karten, die es so gibt. Und wichtig dabei ist, dass exakt dieser Chip drauf ist von Toshiba. Da gibt es sehr viele unter verschiedenen Bezeichnungen. Ich habe jetzt einfach eine genommen von, ja, keine Ahnung, mehr oder weniger so No-Name. Hat sofort funktioniert. Und wichtig ist halt, dass ihr diesen Chip auswählt. Ja, ob das immer klappt, weiß ich nicht. Aber dieser Chip, das sollte auf jeden Fall in der Produktbeschreibung stehen. So, kommen wir noch zur optionalen Teileliste. Ihr schließt ja diese Capture-Karte, ob es jetzt USB- oder die CSI-Variante ist, direkt an die Grafikkarte an. Also ihr seht dann nicht mehr, was sich dort tut. Ihr könnt jetzt so einen HDMI-Splitter anschließen. Dann würdet ihr das Grafikkartensignal in diesen Splitter reingeben. Und dann habt ihr zwei Ausgangs-Ports. Wiederum HDMI. An den einen schließt ihr einfach einen Monitor an. Dann könnt ihr weiterhin sehen, was sich dort tut auf der Grafikkarte. Und dann an den zweiten Port schließt ihr halt diese Capture-Karte an. Dann kann man dem Administrator, der, wer weiß wo sitzt, auch nochmal quasi über die Schulter gucken. Und dann sieht man halt immer live, was sich dort tut. Und je nachdem braucht ihr eben noch HDMI-Kabel in passenden Längen, falls nicht schon vorhanden. So, noch zu diesem Problem mit Strom und Daten. Normalerweise ist es ja so, dass ihr ein Pi-Netzteil, also sowas wie das hier, vielleicht ein bisschen formschöner, direkt an den Pi anschließt, der hier so ungefähr wäre. Dann fließt eben hier diese 5 Volt, die fließen da rein und unten haben wir halt Masse. Und dann haben wir den Stromkreislauf. Damit wäre dieser Port ja schon komplett belegt. Aber wir wollen ja noch unseren Server hier auf der anderen Seite, den wollen wir ja fernsteuern. Und ja, Tastatur, Maus, per USB da drüber emulieren. Also müssen wir die Datenleitung D- und D-Plus dort wieder rausfummeln, dass das eben so dorthin fließt. Aber eben wirklich bloß die Daten, das ist hier durchgeschnitten, also dort liegt keine Spannung auf, sondern es fließen wirklich bloß diese beiden Datenleitungen dorthin und her. Und das Ganze ist eben auch noch an Masse angeschlossen. Aber da das Ganze ja keine Geräte sind, die irgendwie Strom dort reinbringen, also es sind ja, Tastatur und Maus sind ja quasi so passive Geräte, die werden von dem System mit Strom versorgt, aber bringen keinen Strom mit. Von daher ist das eben auch so, ist hier durchtrennt. Dass man sowas hier kaufen kann, hatte ich halt gezeigt in zwei Varianten. Letztendlich, wenn ihr es selbst bauen wollt, müsst ihr sowas hier basteln. Ich habe für meine ersten Tests einfach so ein altes USB-Kabel genommen, das war eh schon kaputt. Und dann habe ich das aufgeschnitten und quasi so gebaut. Ja, kann man machen, man kann es aber auch fertig kaufen. Genau. Dann kommen wir zum Zusammenbau von dem Ganzen. Da habe ich mich mal mitgefilmt, wie ich das Ganze nun mache. Und damit ihr mal seht, was ihr nebenbei noch gebastelt habt, damit das auch funktioniert. Ich habe mir hier so mit einem Zollstock so ein Stativ gebaut, denn hier mit Gummibändern gesichert, dieses kleine Stativ und da habe ich die Kamera angeschlossen. So habe ich die Aufnahmen gemacht. Ja, was man halt so macht, wenn man nichts Besseres rumliegen hat und es dann doch geht. Ja, guckt euch das mal an. Meine erste Variante von diesem PKVM sah so aus. Ich habe da so eine, ja, günstige Video-Capture-Karte genommen, die HDMI abgreift und daraus USB-Video macht. Also das Ding verhält sich quasi wie so eine Webcam. Wichtig dabei ist, dass man da diesen Port hier nimmt. Ansonsten erkennt die Software von dem PKVM das Ding überhaupt nicht. Das andere, was ich hier so zusammengebastelt habe, ist erstmal den Teil hier. Das ist mal ein kaputtes USB-3-Kabel gewesen. Das hier ist die Server-Seite, darum habe ich da so ein S hingemalt. Und das hier ist die Pi-Seite. Also das kommt in den Raspberry Pi rein. Da ist das Ganze so gemacht, dass ich hier noch so ein Stromkabel dran habe. Das kann ich an so ein Labornetzteil dranklemmen, sodass der Pi jetzt auch Strom kriegt und die Datenleitungen, die aus dem Pi rauskommen, gehen da einmal durch und landen hier. Und auf der Server-Seite, dort fließt kein Strom hin, denn das Ganze emuliert ja eine Tastatur oder eine Maus, beziehungsweise beides gleichzeitig. Und das sind ja letztendlich passive Geräte, die geben keinen Strom ab. Also von daher sollen da wirklich bloß die Daten fließen. Genau, das ist so meine Variante da gewesen, was ich so rumliegen hatte. Da das Ganze bautechnisch nicht so gut gepasst hätte, also das ist ja USB-A, das muss ja auch noch hier rein auf USB-C. Da habe ich dann einmal hier so einen Konverter noch gefunden, der aus USB-A USB-C macht und so eine USB-Verlängerung. Das ist letztendlich auch schon alles. Einfach zusammenstecken, da auch noch mal, da rein. Und jetzt brauche ich letztendlich bloß noch das Labornetzteil, was den Pi mit Strom versorgt. Und ja, hier stecke ich dann das Gerät in meinen Server rein. Und schon kann ich das Ganze dann fernsteuern. Ja, genau. Und hier muss ich dann natürlich noch ein HDMI-Kabel anschließen, an die Grafikkarte von dem Rechner anschließen. Und ja, dann kann ich es halt benutzen. Dann kommen wir zur verbesserten Variante. Ich habe das Ganze schon mal vorbereitet. Ich habe eigentlich schon ein Video damit gemacht, aber hatte solche Tonprobleme, dass ich mir überlegt habe, naja, ich nehme das jetzt noch mal auf. Und ja, weil ich schon so zusammengebaut habe, ich habe das auch hier geklebt, kann ich das nicht noch mal komplett zusammenbauen. Was ihr hier seht, ist diese Capture-Karte. Diesmal aber nicht über USB angeschlossen, sondern über so ein Flachbandkabel sitzt das Ganze an dem Port, wo man, also das sitzt hier auf der Platine, wo man sonst diese Pi-Kamera anschließt. Also das verhält sich wie die Kamera in dem Pi drin. Also HDMI geht hier rein, wird dann in so ein Signal umgewandelt, was diesem Kamerasignal von der normalen Pi-Kam entspricht und hier an die Platine weitergeleitet. Ich habe dabei eben auch diese Kühlkörper draufgeklebt. Ist wahrscheinlich eine gute Idee, das zu machen. Die waren auch mit dabei bei dem Gehäuse hier. Das ganze Gehäuse ist nicht geschraubt oder so. Hier sind so kleine Magnete, da und da. Und wenn ich das so draufbappe, dann macht das Klack und dann hält es. Dieses Gehäuse hat eben auch zwei kleine Lüfter, damit die Belüftung besser ist, damit er nicht so warm wird. Könnte auch sinnvoll sein. Wichtig dabei ist eben, dass man das Ganze so anschließt, dass dort ein Pin frei bleibt und hier kommt erst mal die Spannung und dann Masse. Das muss auch richtig sitzen und das ist es letztendlich eigentlich schon. Praktisch bei diesem Gehäuse ist auch, dass hier extra so eine Lücke ist. Also wenn ich das jetzt einmal so zeige, da gibt es diese Lücke und da kann man dieses Flachbandkabel einmal durchfriemeln und dass es dann einmal da durchgeht und dann kann man hier den Deckel drauf machen. Klick, klack. Und schon ist das Ganze zusammen. Es gibt natürlich auch noch andere Gehäuse. Ich fand das eigentlich ganz gut, dass das schon alles so passt. Es gab auch so Bauvorschläge, die ich gesehen habe, wo man denn aus so einem fertigen Gehäuse irgendwie eine Kerbe rausfräst, damit man denn hier diesen HDMI-Port nach draußen bringen kann. Kann man alles machen. Kommt drauf an, was man vorhat, wie gut es aussehen soll. Ich würde sagen, für den Anwendungszweck, für den ich es vorgesehen habe, reicht das auch so. Man muss ja natürlich auch wieder Spannung in das Ganze reinbringen, damit es spannend wird. Genau. Hier habe ich so ein fertiges Kabel. Dort ist es so, dass man beide USB-Stecker direkt an einen Server anschließt. Also der rote hier, da fließt bloß der Strom da zu dem gemeinsamen Port hin. Und das andere ist für Strom und Daten. Das Ganze ist dann wiederum so, dass ich hier diese Seite mit Strom und Daten, also der Pi, braucht das halt, damit er halt seine Spannung kriegt, seine 5 Volt. Und dann habe ich hier so ein Kabel. USB-A auf C, da rein. Und dann kann ich das Ganze halt direkt in so einen Server reinstecken. Und sobald dort halt Strom über die beiden USB-Ports fließt, würde der Pi höchstwahrscheinlich dann auch mitstarten, wenn da denn genug Strom rauskommt. Dann gibt es noch andere Varianten. Das hier ist so eine kleine Platine. Dort kann man entweder so einen Hohlstecker verwenden. Dort könnte man jetzt so ein externes Netzteil nehmen, wo 5 Volt drauf sind. Und darüber kann man denn wiederum den Pi anschließen. Hier steht Data und PWA, also Power. Also hier käme dann wiederum das Kabel so dran. Und bei den beiden anderen, hier ist zweimal Micro-USB. Und da habe ich einmal hier Power. Dort würde ich so ein externes Netzteil anschließen. Und Data würde dann von hier, von diesem Micro-USB zum USB-A, zu dem jeweiligen Rechner rübergehen. So, das wäre halt die Strom- und Datenseite. Jetzt haben wir hier noch HDMI. Kann ich halt direkt über ein HDMI-Kabel mit der Grafikkarte von dem Rechner verbinden. Oder falls man vor Ort exakt dieses Bild, was hier abgegriffen wird, nochmal auf den Monitor schmeißen möchte, um zum Beispiel zu überprüfen, was derjenige, der diesen Rechner fernsteuert, da so treibt, gibt es noch solche HDMI-Splitter. Das ist an sich auch eine ganz praktische Sache. Dort gibt es so ein Eingangs-HDMI. Dann braucht man auch wieder Strom über USB und zwei Ausgänge. Also Eingang, darüber würde man direkt die Grafikkarte von dem Server verbinden über HDMI. Und dann haben wir hier, ja, HDMI 1, könnte man zum Beispiel an den hier anschließen über ein HDMI-Kabel und über den Ausgang Nr. 2 kann man einfach einen Monitor noch mit anschließen. Ist auch noch eine Variante. Kann man machen, muss man nicht. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich das Ganze zusammengebastelt habe. Da dieses Board, dieses Pie-Board nicht funktioniert hatte, musste es nochmal alles wieder auseinander und zurückgeschickt werden. Von daher vielleicht der Hinweis, alte Ingenieursweisheit, Was nicht vorher überprüft wurde, ist per Definition kaputt. War leider in diesem Fall genauso. Also ich muss das alles auseinanderbauen, Heißkleber entfernen und so weiter. Hätte ich mehr sparen können, wenn ich es vorher überprüft hätte, bevor ich anfange zu kleben. So, mein richtiger Aufbau, den ich auch für den Live-Test, den ich euch gleich auch nochmal zeigen werde, genommen habe, sah noch ein bisschen anders aus. Ich habe diesen Pi 400 angeschlossen. Der spielt quasi den Server dabei. Den habe ich von einer externen SSD gestartet. Das ist wirklich viel, viel schneller, als wenn ihr den internen Kartenleser verwendet. Das System braucht natürlich auch noch Strom. Und da haben wir dieses Maus-Tastaturkabel. Das läuft einmal da rein in dieses Board hier. Die Daten fließen dann zwischen dem Pi-KVM hin und her. Also der emuliert Maus und Tastatur. Darüber schwupp, schwupp, schwupp. Und eben auch eventuell so ein USB-C-D-Rom-DVD-Laufwerk. Dann haben wir auf der anderen Seite dieses Stromkabel, das kommt von so einem Pi-Netzwerk-Kabel, fließt dann dort rein. Dann hat er eben seine Spannung, um arbeiten zu können. Und die Daten fließen dort raus. Dann haben wir eben noch das HDMI-Kabel, was aus dem Pi 400 rausgeht. Dann in die Capture-Karte hinein, das hier. Und dann über das Flachband-Kabel wiederum in den Pi hinein. Das ist letztendlich dieser Aufbau, den ich habe. Und damit das Ganze eben auch noch diese Web-Oberfläche nach draußen bringen kann, brauchen wir eben auch noch ein Netzwerkkabel. Man hätte es auch über WLAN ansteuern können, aber naja, Zuverlässigkeit von WLAN und so weiter. Also per Netzwerkkabel direkt anschließen, ist die einfachere Variante. So wie sieht das jetzt aus, wenn ich mich das erste Mal dort anmelde? Da der Pika-VM ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet, wird das erst mal nicht akzeptiert vom Web-Browser. Dann kommt es darauf an, was für einen ihr vor euch habt. Ich habe jetzt so einen Chromium da. Da gehe ich jetzt auf Erweitert und sage da unten Weiter zu der IP-Adresse, worunter mein Pika-VM verfügbar ist und das Ganze ist unsicher. Jetzt bekomme ich hier eine Login-Maske. Ich habe mich ja schon mal damit verbunden und habe das Passwort verändert. Also, wenn ihr es nicht gemacht habt, dann ist es einfach Admin und Admin. Und bei meinem System muss ich einmal kurz gucken. Das ist ein zufallsgeneriertes Passwort, von daher habe ich mir das auch nicht gemerkt. Mal die Zwischenablage kopieren und Login. So, jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Carform ist eigentlich das, was wir nachher benutzen wollen. Dann gibt es noch hier eine Variante für Chromium unter verschiedenen Systemen, damit die Tasten, die ja eigentlich von dem Desktop, den ihr gerade benutzt, irgendwie abgefangen werden, sowas wie STG, Alt und Entfernen. Das sorgt dann dafür, dass ihr vielleicht ausgelockt werdet, dass das System vielleicht Neustart macht. Wenn ihr jetzt aber wollt, dass diese Tastendrücke direkt über PKVM über den Browser an das System weitergegeben werden, dass ihr damit fernsteuern wollt, gibt es hier so einen Hinweis, wie ihr das unter den verschiedenen Systemen macht. Da trägt man irgendwie so eine Ausnahme ein und dann klappt das wohl. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber man kann das wohl so tun. So, jetzt habe ich mich eingeloggt. Jetzt habe ich erstmal kein Signal da dran. Das kann jetzt daran liegen, dass das System, was ich dort angesteckt habe, das ist der Pi 400, da läuft so ein Manjaro drauf, dass das beim Hochfahren irgendwie keine Verbindung zu dieser Capture-Karte gemacht hat. Ich gehe da jetzt einmal kurz rüber, starte den einmal neu und dann gucke ich mal, ob es dann funktioniert. So, und wieder da. Und wie man sieht, hat sich da jetzt was getan. Der Pi bootet jetzt gerade hoch und springt in den Grafikmodus gleich um. Also hier, die Auflösung hat sich schon mal geändert. Jetzt kommt so ein kleiner Ladebildschirm zum Starten von dem Desktop dabei. Und jetzt haben wir das Anmeldefenster von dem Manjaro auf ARM 64 sogar auf dem Raspberry Pi hier in klein. Jetzt kann ich das Ganze einmal groß machen. Dann sehe ich auch ein bisschen mehr. Und jetzt bin ich auf diesem System. Ich habe einmal hier diesen Cooler da. Das ist quasi die Position, wo sich aktuell meine Maus befindet. Dann wird die Maus quasi emuliert, einmal über den Pi und dann darüber gegeben. Und der Nächste berechnet daraus die wirkliche Position. Und diese Pfeilmaus, das ist die, die das X11, das XORG da macht. So, und wenn ich jetzt hier mich einmal anmelde, dann habe ich auch gleich meinen Manjaro Desktop. Ich kann jetzt die Kompression, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, also um das M hier ist so ein bisschen kaputt und da so ein bisschen. Überall, wo so harte Kanten sind, da sieht es so ein bisschen kaputt aus. Das Ganze basiert erstmal, wie man hier oben sieht, auf Motion JPEG. Also letztendlich sind das Vollbilder. Das sind einzelne JPEG-Bilder mit mehr oder weniger Kompression. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen einstellen. Man kann hier diese JPEG-Qualität mit einstellen. Wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen höher drehe, dann sieht es schon mal deutlich besser aus. Also diese Artefakte sind an den Stellen schon mal weg. Natürlich braucht das dann auch mehr Bandbreite. Und wie man oben so ganz klein da sieht, ein Bild pro Sekunde, wenn ich mal ein bisschen was bewege, vier, zehn. Also das ist jetzt so nicht das Performanteste. In der Version, die ich jetzt von dem PKVM hier drauf habe, kann ich auch umstellen von diesem Motion JPEG auf H264 und WebRTC. Das dauert einen kleinen Augenblick, bis das wieder neu ausgehandelt wird. Und das Ganze verbraucht wahrscheinlich auch weniger an Bitrate. Und da haben sie eben, also da steht jetzt die Bitrate und nicht mehr, wie viele Frames das Ganze macht. Naja gut, aber das Ganze wirkt jetzt gar nicht so unflüssig und es ist eigentlich auch, ja, scharf genug, damit man es irgendwie fernsteuern könnte. Was haben wir denn noch? Wir haben hier verschiedene Dinge, die wir auch noch einstellen können. Wir können auch mal einen Screenshot machen. Wir können diesen Stream einmal zurücksetzen. Ich habe hier auch so ein Keyboard. Ja, also wir haben hier jetzt so eine ausgewachsene Tastatur drin. Das ist jetzt eine englische Tastatur und damit kann man Tasten eingeben, wenn man keine Tastatur vor sich hat oder vielleicht um irgendwelche Sonderzeichen zu produzieren. Wenn ich hier SDG drücke, kann ich eine andere Taste dazu auswählen und so lange bleibt die halt gedrückt. Ja. Eine weitere tolle Funktionalität ist das Emulieren von USB, CD-ROM oder DVD-Laufwerken. Also der Peak-HVM gaukelt der Gegenseite vor, dass dort ein CD-ROM oder ein DVD-Laufwerk angeschlossen ist. Das Ganze wird eben über Software emuliert und damit ich das nutzen kann, muss ich so ein ISO hochladen. Dazu klicke ich hier drauf, Select Image to Upload und hier Datei auswählen. Und dann wähle ich eben mein ISO aus. Ich habe mir hier mal so ein FreeDOS ISO geschnappt. Da sind irgendwie noch ein paar zusätzliche Programme mit bei. Das Ding ist relativ klein. Zu Demonstrationszwecken ist es ganz praktisch. So, habe ich jetzt hier ausgewählt. Da steht der Name. Dann muss ich hier auf Upload gehen. Dann wird das eben hochgeladen auf den Peak-HVM. Und dann habe ich das hier oben in der Liste drin. Also wenn ich jetzt mehrere hochgeladen hätte, könnte ich die jetzt auswählen. So, und wenn ich jetzt hier mir so einen Dateimanager nehme und dann dieses Laufwerk aktiviere, dann dauert das einen kleinen Augenblick und dann ist es auch hier verfügbar. Und wenn ich jetzt wieder sage Disconnect, dann verschwindet es auch in einer gewissen Zeit. Solange es eben nicht gemountet ist. Ja, das wäre es letztendlich auch schon. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, dass man Netzteile quasi fernsteuern kann. Da braucht man wohl irgendwie eine extra Platine für. Habe ich jetzt nicht da dran. Da kann man sich auch was selbst basteln, weil es braucht eben extra Hardware, die ich eben nicht habe. Man kann aber auch irgendwie Makros aufzeichnen und hinterher wieder abspielen. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Also hier gibt es auch diese Magic Keys bei Reisup. Ja, auch praktisch für den, ja, dass sich so ein System quasi aufgehängt hat. Aber damit kriege ich es halbwegs sauber noch runtergefahren. So was ist da noch mit dabei. Und da kann ich Dinge in die Zwischenablage reinkopieren. Und dann werden diese Tasten halt emuliert. Auch eine praktische Sache. Wenn ich jetzt hier mein Passwort eingebe und sage dann hier Paste, ja, möchte ich, dann werden mir hier diese vier Buchstaben an der Stelle reingetippt. Ja, so kann ich mir eine Menge Tipparbeit eben ersparen. Kopiere ich da erstmal rein in dieses Webformular und lasse das dann halt eben von dem PKVM tippen. Insgesamt macht das jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck. Das ist das, was ich auch vor vielen Jahren schon mal irgendwie gebraucht hätte für einige Projekte, wo ich denn doch einige hundert Kilometer entfernt bin und wo es praktisch gewesen wäre, dass ich einfach so einen Rechner mal komplett fernsteuern kann, auch auf der Ebene, bevor das Betriebssystem hochfährt. Dafür ist das wirklich eine feine Sache. Wenn das System nachher hochgefahren ist, Internet hat, so dass ich über, ja, über das Internet drauf zugreifen kann, dann gibt es andere Systeme, die dann irgendwie charmanter sind, also etwas wie X2Go, ist dann eine feinere Sache, aber eben für diese Zeit halt davor, bevor es hochfährt oder im Falle von irgendwelchen Fehlern oder wenn ich das BIOS umstellen möchte. Dafür ist es wirklich eine ganz tolle Sache. Ja, das war es letztendlich auch. Hat eher länger gedauert, diese Folge hier. Es hat auch mehrere Wochen quasi gedauert, bis ich alles zusammen hatte. Dann war wiederum was kaputt und so weiter. Von daher habe ich das in verschiedenen Wochen aufgenommen. Und wie im, ja, das hier spreche ich jetzt als letztes. Und jetzt ist es auch quasi fertig. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ja, abonniert, Glocke drücken und so weiter. Guckt einfach mal vorbei. Und ansonsten bis dann und tschüss. Musik Musik Maria Musik Musik